Ich spiele zwar keinen Tennis, aber mit dem Rolle des Schläge... Fight me, fight me! Komm, wer zahlt die Rechnung? Komm, fight me, komm! Wie gewinn ich? Komm, fight me! Es reicht mir! Es reicht mir! Auf die Beine! Auf die Beine! Warum? Nimmst du das so ernst? Wer nimmt hier was ernst? Wo ist mein Mikrofon? Reicht mir! Sehr entspannt ist der. Wir haben uns beide sehr gut geschlagen. Ich habe gewonnen. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Nudeln mit ins Schlafz... Okay. Wie lange bist du jetzt schon Single? Ein paar Jährchen. Ein paar Jahre schon. Und wann ist die Büchse der Pandora... Die Thunfischdose... Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das macht mich glücklich. Singen wir jetzt? Oder? Und deswegen... Ein Duett zusammen. Keine Ahnung, wann das letzte Mal... Ich finde, du hast eine sehr schöne Stimme. Ja. Was sollen diese Grimassen? Ja, ähm... Schöne Zunge hast du. Dankeschön. Da würde ich dir... Was... What does this tongue do? Die würde ich dir gerne mal zeigen, die Stimme. Ja, bitte. Die Zunge. Die bitte nicht. Und wie lange ist deine letzte Beziehung her? Ja. Ja. Ich habe extrem Hunger. Das Essen dauert sehr lange. Meine letzte Beziehung... Die ist schon extrem lange her. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass... Das Essen ist bald fertig. Ich rieche es. Da ist gerade ein Mann mit dem Roller vorgefahren. Ich glaube, der bringt das Essen. Ich glaube, hier wird gar nicht selber... Selber gekocht. Ich habe auch sehr viel Geld. Sehr viel Geld habe ich. Ich habe... Auch sehr viel Geld. Ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, aber... Ich bin nett. Ich bin witzig. Ja, ja, ja. Ich bin schön. Absolut. Ich, ähm... Hab Geld. Es geht absolut rein gar nichts, was es in mir auszusetzen ist. Same, same. Ich glaube, weißt du... Also worauf wartest du noch? Ich liebe Wind. Ich liebe Wind. Wind. Mein Elixier ist Wind. Äh, ja. Und... Äh... Ach, jetzt geht es hier los. Was haben wir denn da? Auf Madeira wachsen keine Kürbisse. Danke dafür. Kürbiswettbewerb. Mh... Das schmeckt ja abartig! Ach Gott. It's... Hey, du hast doch gerade noch... Mein Gott! Du hast dich vollgekleckert auf deiner Hose. Es reicht mir! Ich hasse das mit so... Jetzt entspann dich doch mal bitte. Ich bin Marokkanerin. Okay. Die anderen Gäste beschweren sich gerade die ganze Zeit über dich. Ich werde vielleicht... Vielleicht setzt es einfach wieder hin und nutze das Besteck dann doch. Ja, ein bisschen was Brot dazu vielleicht? Das... Wiedert mich an! Ach du Sche... Könnt ihr mal... Jetzt ist... Könnt ihr... Wie gesagt... Also... Es ist ja... Ich will ja jetzt auch hier keinen großen Fass auch machen. Aber hier auf Madeira isst man halt mit Besteck. Ich weiß jetzt auch nicht, ob... Kann man jemand einen feuchten Lappen bringen? Vielleicht? Äh... Ich bin feucht und Lappen. Könnte ich einen feuchten Lappen haben? Kann ich einen feuchten Lappen haben? Hier rumschreien und dann bekleckern, ne? Ja, ja, ja. Es war er. Ich meiste ihn mit seinem Scheiß rum. Es reicht mir. Äh... Haben wir dazu vielleicht noch Kräuterbutter oder sowas? Wieso kommt die hauptweise in der Aluschale? Was ist das für ein Restaurant? Ich bin noch nicht mit meinem ersten Gang fertig. Sie sind ein schlechter Kellner. Sie sind ein unglaublich schlechter Kellner. Doch! Sie tragen einfach eine Dütchkappe. Sie sind nicht mehr Kellner, oder? Das... Mit der Suppe würde ich anfangen. Das geht nicht. Das ist die gleiche Suppe wie ich, ne? Witzig! Meine Keime! Meine Keime! Meine Keime! Mh... Alter! Dreckigen Assoziieren! Alles super! Alles super! Alles super! Habe ich ihm, glaube ich, gar nicht mehr Fette gegeben, oder? Bitte? Mh... Mozzarella mit dem Wörter ist heiß. Das ist zu Gemüse. Mhm. Aber warum isst du das aus deinem Glas, Baby? Mh? Ja, warum isst du das aus deinem Glas, Babe? Babe. Babe. Soll ich dich füttern, Baby? Ja. Ja. Was ist denn das, aber bitte? Kleines... Baby. Wisst du das? Guck mal, ein ganzes Weinglas mit Essen hast du schon... Mund schon voll. Mh... ... Mh... 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 Was ist los, Babe? Gar nichts ist los. Mh... 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 Das ist mein Essenflöffel, Babe. Nenn mich nicht Babe, Babe. Ach so, okay, sorry, Babe. Spass! Oder? Uff... Da kam gerade so. Richtig Biggotz aus deiner Nase. Sorry! Das war das Schönste, was ich jemals gesehen hab. Malst du noch Wein? Hab, danke. Danke. Bist du noch Wein? Ja. Eine Menge. Showtime, Baby, oder? Und Grundschule, wie war das damals für dich? Ich habe übersprungen und danach wurde ich... Ich habe keine Änderung mehr. Stell ich nicht so an, du kannst das. Du kannst das. Guten Hunger. Ich muss die Polizei rufen, wenn jemand einen Schlaganfall hat. Ich muss jemanden rufen, der das behandelt. Schmeckt's dir, Babe? Ja. Ja. Super, weil der Tisch... Der Tisch... Ich brauch das genau jetzt so und hier. Maybe können wir das... Ich brauch das genau so und jetzt. Du riechst saugut. Genau hier. Du hast echt ein tolles Parfum. Was ist das? Ich habe kein Parfum drauf, das ist mein Schweiß. Ah, saugeil. Kannst du loslassen dann, oder? Das war sehr schön. Danke. Ich fand das auch sehr... Das war ein magischer Moment. Ja. Das war ein sehr schönes Service, was sie hier haben. Was? Hast du gesagt? Je mehr man von dem Wein trinkt, umso mehr tut er im Wagen weh, Anni. Ich habe nur ein halbes Gleis getrunken. Der Rest von mir... Einfach zu viel! Der Hund rastet gerade nur wegen dir aus, Anni. Der Hund ist sehr sauer wegen dir, Anni. Wir haben eine Connection. Möchtest du was anderes trinken, vielleicht? Ich habe noch Wasser. Aber danke! Deine Nachfrage. Okay. Könntest du vielleicht einmal meinen Namen schreien, Anni? Wäre für mich einfach nur geil. Mit Zucker und allem drum und dran. Und das Zucker, das oben drauf ist, ne? Ja! Die Vorspeise war ein bisschen mauer, oder, Anni? Fandest du nicht, Anni? Ich fand, dass ein bisschen Salz gefehlt. Ja! So, kommt dann auf die Rechnung. 2.533 Euro. Seine Kreditkarte. Die habe ich eben schon dem anderen Kollegen gegeben. Da ist er! Sebastian! Ich habe das Poolnudel-Duell gewonnen! Ich habe das Schnick-Schnack-Schnuck-Duell gewonnen! Du zahlst die Rechnung! Bewegt deinen dürren Arsch hierher! Das war sehr angenehm. Das war ein sehr schönes Date. Wie viele Punkte von 10? Eine absolute 10 von 10. Eine absolute 10 von 10. Ich muss Antonia trotzdem mehr Punkte geben. Ich bin der Meinung, du bist ja noch... Entschuldige, dass ich mich bekotzt habe. Ein bisschen länger noch hier, ne? Hey! 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 Nein! Das meine ich doch... Ich habe eine Blutsel angezogen! Ja, ich weiß, du bist doch... Was für ein Scheiße bedeutet Antonia! Du bist doch gut da mit. Die ist... Achso, jetzt... Gewalt oder wie? Ach du... Es reicht mir! Arschloch! Pass mich nicht an! Die Krone rutscht, Prinzessin. Kopf hoch, dein Krönchen und Krönchen rutscht. Das zählt jetzt auch nicht mehr. Das hätte ich vor 15 Minuten vielleicht gezogen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist hiermit. Was? Gut. Ich würde sagen, wir sind dann... Komm! Komm! Macht's gut! Wir müssen jetzt noch bezahlen! Ciao! Wäsche waschen! Ciao!